Herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video zeige ich Ihnen die ganzen Neuerungen, die wir in den letzten Monaten in die Firmware der 2K Plus Kameras integriert haben. Um die neueste Firmware aufzuspielen, gehen Sie in Ihrer Web-Oberfläche der Kamera auf System und dort auf Firmware Update. Und die neueste Version der Firmware ist die Version 1.4, um die es heute geht, mit der Revision 5.3.9 am Ende. Sofern Sie diese Version aufgespielt haben, haben Sie einiges an Neuerungen, die wir in den letzten Monaten eingebaut haben. Sie können hier oben auf Change Log Anzeigen gehen und bekommen hier dann eine Übersicht von den ganzen Neuerungen, die es in den letzten Versionen gab. Mit diesem Update kamen jetzt unter anderem hier diese Neuerungen rein, diese Neuerungen und nochmal hier oben die. Ich gehe jetzt einfach mal auf die wichtigsten Punkte ein. Sie können das, wie gesagt, in Ihrer Kamera dann auch nochmal nachvollziehen, indem Sie hier diesen Change Log aufrufen. Ansonsten zeige ich Ihnen jetzt einfach mal die wichtigsten oder größten Neuerungen, die das Update mit sich gebracht hat. Der größte Punkt wird wahrscheinlich sein, dass wir HomeKit Secure Video integriert haben in die Kameras. Das ist eine Möglichkeit, wenn man Apple Nutzer ist, die Aufnahmen in die iCloud zu speichern, beziehungsweise die Kamera dann in die Home App zu integrieren und so auf iPhone, iPad, macOS, Apple TV etc. sich anzeigen zu lassen und dort auch die Aufnahmen sich anzeigen zu lassen. Um das Ganze einzurichten, wenn Sie die Kamera schon vorher in der HomeKit integriert hatten, dann empfehlen wir, sie dort nochmal zu entfernen. Gehen Sie dann in Ihre Kamera hier auf den Punkt Smart Home und auf den Unterpunkt HomeKit. Und tun Sie hier einmal diese ID resetten. Also das ist jetzt nur für die Kunden, die schon eine HomeKit ID hinzugefügt haben. Und dann gehen Sie hier auf Reset, dann wird eine neue ID erzeugt. Dann gehen Sie auf Übernehmen und anschließend tun Sie dann über die Home App auf Ihrem iPhone dann die Kamera einmal neu hinzufügen. Und dann werden Sie auch gefragt, wie Sie die Aufnahmeeinstellungen machen möchten. Dazu werden wir nochmal ein separates Video machen. Schauen Sie gerne auf unserem Kanal, um auch dieses Video sich anzuschauen, welche Einstellungen man dann in der Home App von Apple machen kann. Ansonsten, wie gesagt, einfach hier das dann nochmal neu hinzufügen. Für die Kunden, die es noch nicht verwendet haben bis jetzt, dann können Sie das hier oben aktivieren. Wenn Sie auf Übernehmen klicken, wird dann hier eine ID generiert. Und mit dieser ID können Sie dann die Kamera hinzufügen. Wichtige Infos sind, dass Sie für HomeKit Secure Video eine Bridge brauchen von Apple. Das ist aktuell, kann es sein, ein HomePod, ein HomePod Mini oder ein Apple TV. Früher war auch die Möglichkeit, dass man ein iPad verwendet hat. Aber mit der neuen Struktur, die Apple eingeführt hat, ist das iPad in Zukunft keine Bridge mehr, die man verwenden kann. Das dazu. Das heißt, das ist die größte Neuerung, dass wir HomeKit Secure Video integriert haben. HomeKit selbst gab es zuvor auch schon, aber das Secure Video bietet halt jetzt die Möglichkeit, auch Aufnahmen in der iCloud zu speichern. Der nächste größere Punkt ist das Menü unter System Benutzer. Das heißt, hier ermöglichen wir jetzt, dass man mehrere Benutzer noch hinzufügen kann, bis zu zehn Benutzern. Man kann diesen Benutzern dann unterschiedliche Rechte geben. Ich klicke jetzt hier einfach einmal auf das Pluszeichen drauf. Wir können Benutzernamen vergeben, dann Kennwort. Und dann können wir halt diesem Benutzer eine Gruppe zuweisen, entweder der Administrator, normaler Benutzer oder Gast. Wir können hier die Session einstellen, wie lange die gültig ist. Das bedeutet einfach, wenn wir jetzt auf einen Tag einstellen, dann werden sie am nächsten Tag, quasi also nach 24 Stunden, ausgeloggt werden. Und müssen sich dann neu anmelden bei der Web-Oberfläche. Wenn Sie das jetzt auf eine Woche stellen, würde der Web-Browser diesen Session-Cookie quasi speichern. Und nach einer Woche müssten Sie sich dann erneut authentifizieren. Wenn Sie Ihren eigenen Account das umstellen möchten, zum Beispiel auf ein Jahr, dann müssen Sie sich quasi für ein Jahr nicht mehr authentifizieren. Es sei denn, Sie würden jetzt in Ihrem Web-Browser alle Cookies löschen, also inklusive dieser Session-Cookies. Und dann müssten Sie sich auch neu anmelden. Und dem Benutzer können Sie auch eine Sprache zuweisen. Also wenn Sie jetzt jemanden haben, der nicht Deutsch kann, dann können Sie dem vorab eine andere Sprache einrichten. Und dann wird ihm entsprechend angezeigt. Das ist dieser Punkt. Dieses Benutzermenü überarbeiten. Also wir überarbeiten das Ganze nochmal insofern, dass man in Zukunft die Möglichkeit hat, individuelle Rechte zu setzen. Also jedem Benutzer können Sie dann in Zukunft noch einzelne Rechte vergeben für einzelne Menüs, für einzelne, zum Steuern der Kamera zum Beispiel, zum Anschauen der Aufnahmen. Das heißt, das werden wir alles nochmal etwas aufsplitten. Das kommt dann in einem der nächsten Updates. Eine weitere große Neuerung ist die Privatsphäre. Wir haben hier unter Multimedia die Möglichkeit, Bereiche auszublenden im Bild. Und hier haben wir zuvor nur vier Bereiche gehabt. Das Ganze haben wir jetzt erweitert auf acht Bereiche. Und zudem können Sie diesen Bereichen, oder diese Bereiche sind jetzt nicht mehr reine Rechtecke, sondern Sie können die jetzt frei im Bild quasi mit vier Punkten einzeichnen. Ich zeige Ihnen das jetzt einfach mal. Wir machen hier einen Bereich 1. Den können wir jetzt hier zum Beispiel über die Tür schieben. Und jetzt haben wir diese Ecke. Die können wir jetzt hier nehmen und tun die uns entsprechend im Bild dann platzieren. So. Jetzt könnten wir diesem Bereich auch noch eine andere Farbe geben. Standardmäßig haben wir es schwarz, weil es einfach am besten aussieht. Hier haben Sie aber die freie Möglichkeit, irgendeine Farbe auszuwählen. Und wenn wir jetzt auf Übernehmen gehen, dann wird das Ganze im Bild ausgeblendet. Und Sie sehen jetzt schon hier, die Tür wäre jetzt komplett schwarz und bleibt dann auch schwarz in jeder Aufnahme, im Live-Video. Überall wäre es jetzt quasi schwarz ausgeblendet. Und das können Sie dann bis zu acht Bereiche einzeichnen. Und umso besser dann zum Beispiel Nachbargrundstücke etc. auszublenden. Also Bereiche, die halt nicht in den Aufnahmen zu sehen sein sollen. Als nächstes haben wir dann hier bei für Kameras, die ein Mikrofon integriert haben. Das sind an sich alle Kameras. Dann haben wir unter Audio die Möglichkeit, dass man hier eine Rauschunterdrückung aktiviert. Das heißt, da werden einfach digital die ganzen Hintergrundgeräusche rausgefiltert, sodass man wirklich nur noch die richtigen Geräusche sieht. Also irgendwelche statischen Geräusche, die vielleicht von irgendwelchen Netzteilen oder irgendwas in der Nähe stattfinden. Oder vielleicht irgendwelche Bauarbeiten oder sowas. Die werden dann quasi rausgefiltert. Und dann haben Sie einen klareren Ton bei der Übertragung. Ansonsten für Kameras, die zwei Wege Audio haben, also sprich Mikrofon und Lautsprecher integriert, gibt es jetzt hier auch noch eine Echo-Unterdrückung, also dass man halt einfach nicht mehr das Echo hört. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in der App reinsprechen, dann wird das am Lautsprecher quasi der Kamera rausgegeben und geht dann normalerweise wieder in das Mikrofon rein. Und Sie haben dann quasi so eine Art Loop. Das heißt, es wiederholt sich alles immer wieder. Und das wird jetzt bestmöglichst rausgefiltert. Sie können diese Stufe, die Stufe hier ist für die Räucherunterdrückung, das heißt, genau, Sie können das aktivieren. Dadurch wird es dann bestmöglichst rausgefiltert. Und sollten Sie da irgendwelche Probleme haben, melden Sie sich gerne. Aber das funktioniert an sich super. Dann haben wir als nächstes, dass wir hier unter Multimedia Video, hatten wir zuvor, dass der dritte Stream, also die Kamera hat ja drei Videostreams, jetzt einmal den 2K-Stream, das ist der Hauptstream, mit dem auch die Aufnahmen gemacht werden, sofern man es nicht anders eingestellt hat. Dann haben wir nochmal einen Full-HD-Stream und jetzt haben wir auch noch einen 720p-Stream. Das war früher VGA-Auflösung. Das haben wir jetzt erhöht, indem wir halt gesehen haben, okay, die Kamera hat einfach noch genügend Ressourcen verfügbar. Das heißt, wir haben den erhöht auf HD, so dass wir jetzt halt ein 2K-, ein Full-HD- und ein HD-Stream haben. Und was jetzt hier auch hinzugekommen ist, dass Sie die Videokodierung umstellen können. Das heißt, Sie können das von H.265 auf H.264 stellen. Standardmäßig empfehlen wir, den 2K-Stream auf H.265 zu belassen. Einfach aus dem Grund, weil je größer das Video ist in der Auflösung, desto mehr Daten müssen übertragen werden. Und H.265 ist einfach die neuere Art, das Video zu komprimieren. Das heißt, es wird stärker komprimiert, aber behält trotzdem auch eine bessere Qualität. Und das heißt, lassen Sie das auf H.265 stehen am besten, das 2K-Video. Und das Full-HD- und das 720p-Video haben wir vorab auf H.264 gestellt. Das ist zum Beispiel auch wichtig für HomeKit Secure Video, weil HomeKit selbst kann nur H.264 aktuell, kommt mit H.265 nicht klar. Dementsprechend muss das hier auch für HomeKit dann so bestehen bleiben auf H.264. Aber wenn Sie zum Beispiel in eine Software wie zum Beispiel InstaVision 2.7, wo aktuell auch kein H.265 unterstützt wird, wenn Sie da die Kamera integrieren möchten, dann können Sie das hier auf H.264 stellen und können dann die Kamera per RTSP in der Software hinzufügen. Also je nachdem, wo Sie die Kamera hinzufügen möchten und je nachdem, was das System unterstützt, können Sie es dann hier umstellen und entsprechend abspeichern und dann den Stream abrufen. Sie finden ansonsten auch in jedem Menü hier oben dieses Hilfe-Zeichen. Ich erwähne es einfach gerade noch mal. Dort finden Sie dann immer eine individuelle Hilfeseite für jedes Menü. Teilweise dann auch mit Links zu unserem Wiki, wo Sie dann einzelne Punkte noch mal genauer erklärt bekommen oder zum Beispiel auch die Videofahde sehen, die man halt braucht, um das Ganze zu integrieren in irgendwelche Drittanbieter-Software. Ein weiterer Punkt, der neu hinzugekommen ist, der ist zwar schon etwas länger drinnen, aber ich erwähne ihn einfach jetzt noch mal, und zwar unter Systemdatum-Uhrzeit haben wir hier die Möglichkeit gegeben, einen NTP, also NTS, NTP-S zu nutzen. NTP ist quasi der Zeitabgleich mit einem Online-Server und im Rahmen von einem Update, also wir haben halt sehr, sehr viele Änderungen vorgenommen in Bezug auf die Sicherheit, weil die Sicherheit ist uns bei einer Sicherheitskamera, Überwachungskamera quasi am wichtigsten. Dementsprechend haben wir, was bis jetzt eigentlich, ich glaube, noch keine Kamera hat, von anderen Anbietern, haben wir NTP-S integriert, das heißt, die Zeit wird auch verschlüsselt abgerufen bei Servern. Man kann das hier aktivieren, standardmäßig haben wir es noch nicht aktiviert. Und dann haben wir hier einen Pool von vier Servern, das heißt, es wird einer dieser Server, oder die werden alle quasi kontaktiert, der am schnellsten antwortet, von dem wird die Zeit genommen. Und man hat halt immer auch eine Ausfallsicherheit, sollte ein Server nicht funktionieren, wird es vom anderen Server genommen, die Uhrzeit und dieses Server selbst. Also hier unter, wir haben time.insta.com, das ist unser eigener Zeitserver, den wir bereitstellen für die Zeit. Und der hat auch nochmal ein Pool hinterlegt, das heißt, auch dieser Server selbst hat jetzt nicht einfach nur eine Uhrzeit, die er übermittelt, sondern der vergleicht diese Uhrzeit quasi auch mit der Uhrzeit von fünf anderen Servern. Und sollte jetzt irgendein Server eine falsche Uhrzeit haben, ist das kein Problem, weil die anderen immer noch die gleiche haben und dann gleichen die sich untereinander quasi ab, sodass auch diese Uhrzeit, die er bereitstellt, immer korrekt ist. Und die Kamera selbst hat halt auch nochmal dann quasi diesen Pool, sodass man wirklich halt sicher gehen kann, dass die Kamera immer die richtige Uhrzeit hat. Und genau, das haben wir quasi neu integriert, dass man hier halt diese Möglichkeit hat, dass das Ganze verschlüsselt übertragen wird, weil ansonsten hätte man jetzt, ich sage jetzt mal bei anderen Kameras oder bei Kameras, wo das halt nicht aktiviert wäre, wäre das immer noch so ein kleines Einfallstor, dass man jetzt zum Beispiel halt irgendwie mit einem Männ in der Mildattacke, also dass man sich dazwischen schaltet, zwischen die Kamera und dem Zeitserver, der abgerufen wird. Wenn man das dann mitschneidet, kann man gucken, welcher Zeitserver wird quasi verwendet. Dann kann man sich als dieser ausgeben und könnte jetzt der Kamera irgendeine andere falsche Uhrzeit vorgaukeln. Wenn man zum Beispiel weiß, dass die Kamera die Aufnahmen nach x Tagen automatisch löscht, könnte man der Kamera jetzt sagen, es ist 1970 oder keine Ahnung was für ein Datum und dann würde die Kamera diese Aufnahmen machen, würde sie dann am nächsten Tag aber sofort löschen. Also wenn man jetzt ein Einbrecher wäre und kennt sich mit dem Ganzen aus und kennt sich auch noch mit IT aus, es ist die Möglichkeit, ist natürlich, ich sage jetzt mal nahe Null, aber es besteht und um das einfach nochmal auch, diese Möglichkeit halt wegzunehmen, haben wir das halt mit integriert, um einfach die Kamera noch besser und noch sicherer zu machen. So, dann machen wir diesen Punkt auch zu. Eine weitere Neuerung ist das MQTT, also für alle, die sich mit Smart Home beschäftigen, wird MQTT wahrscheinlich was sagen. Das ist eine Art, wie man das Ganze, also die ganzen Befehle, wie man die Kamera ansteuern kann, um sie in Smart Home zu integrieren. Und da haben wir jetzt noch verschiedene Sachen eingebaut, in MQTT. Ich mache einfach das Menü mal auf. Zum einen gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man MQTT über WebSockets verwenden kann. Wem MQTT jetzt schon nichts sagt, ignorieren Sie es einfach, weil dann wird Ihnen wahrscheinlich auch WebSocket nichts sagen. Und genau, was ansonsten noch hinzugekommen ist, dass man halt die Verschlüsselung auch einstellen kann. Das heißt, man kann jetzt bis zu TLS 1.3 hochgehen. Es gibt manche Broker, die nicht mit TLS 1.3 klarkommen. Dementsprechend hatten wir es halt früher immer auf TLS 1.2 vorab eingestellt. Das kann man aber jetzt halt dann auch selber einstellen. Und somit ist man jetzt quasi noch flexibler. Quality of Service können Sie jetzt auch noch einstellen. Und somit gibt es jetzt eigentlich kaum noch etwas, was hier bei MQTT quasi fehlt. Sollte Ihnen irgendwas fehlen, sollten Sie die Kamera ins Smart Home integriert haben, schreiben Sie es gerne in die Kommentare oder schreiben Sie uns eine E-Mail an support.insta.com, falls Ihnen da noch irgendwas auffallen sollte oder irgendwas fehlen sollte. Dann mache ich das hier mal zu. Und dann gehen wir auf den weiteren Punkt, und zwar unter Features haben wir die Infrarot-Nachtsicht. Da kommt es jetzt darauf an, was für ein Kameramodell Sie haben. Bei der IN9408 gibt es nur die Infrarot-LEDs, das heißt, da kämen diese Einstellungen jetzt nicht zum Tragen. Ich mache es jetzt mal auf. Hier haben wir eine IN8401. Okay, jetzt bin ich doch ins falsche Menü gegangen. Ich mache das gerade noch mal zu. Und zwar haben wir das hier unter Alarmaktionen. Und dann unter Alarmaktionen. Und zwar gibt es jetzt hier die Möglichkeit, dass man zusätzliche IR-Beleuchtung bei Alarm hinzuschalten kann. Das bedeutet, dass bei der 8401 haben wir zwei Arten von Infrarot-LEDs. Standardmäßig werden die 940 Nanometer Infrarot-LEDs aktiviert. Das sind quasi unsichtbare LEDs, die bei Nacht quasi nicht rötlich glimmen. Und die 850 Nanometer-LEDs, das sind dann die anderen Infrarot-LEDs, die leicht rötlich quasi sichtbar sind, wenn man direkt auf die LED draufschaut. Und dafür liefern die aber halt ein stärkeres Licht. Und was man jetzt machen kann, ist, dass man einfach sagt, bei einem Alarm sollen sich die zusätzlichen, also die LEDs, die nicht aktiviert sind, sollen sich noch zusätzlich mit dazu schalten für eine Zeit X und sollen sich dann wieder abschalten. Das heißt, das kann man jetzt hier noch machen. Und bei neueren Kameramodellen, die jetzt in den nächsten Wochen kommen, da gibt es dann zum Beispiel die IN8403. Die wird noch sichtbares Licht haben, also einfach helles, weißes Licht, wie man es jetzt von normalen Scheinwerfer kennt, und Infrarot-Licht. Das heißt, die hat zwei Arten von LEDs. Und da können Sie dann quasi das White Light, also dieses normale Licht, mit hinzuschalten. Bei einem Alarm können Sie das dann angeschaltet lassen für eine Zeit X. Das heißt, Sie haben dann halt Aufnahmen bei Nacht, die alle in Farbe sind, und anschließend schaltet sich das dann wieder ab. Genau. Also das ist ein weiterer Punkt, der quasi hinzugekommen ist. Und wenn wir jetzt hier in E schon im Menü sind, noch ein weiterer Punkt, der hinzugekommen ist, ist hier die erweiterte Bildeinstellung. Also wenn Sie jetzt bei einem Alarm sich Bilder speichern lassen, entweder auf die SD-Karte oder per FTP oder SFTP oder per E-Mail schicken lassen, dann haben Sie die Möglichkeit, jetzt hier die Auflösung einzustellen. Das konnte man vorher auch schon. Auch die Anzahl der Bilder konnte man einstellen. Was neu hinzugekommen ist, ist der Intervall. Das heißt, man kann jetzt sagen, dass zum Beispiel bei einer E-Mail haben wir standardmäßig 60-Sekunden-Intervall. Also wenn wir jetzt einen Alarm haben, würde die Kamera in dem Fall jetzt zum Beispiel fünf Bilder machen in einer 2K-Auflösung, würde uns die per E-Mail zuschicken. Und die nächste E-Mail würden wir dann erst 60 Sekunden später bekommen, also den nächsten Alarm, wenn jetzt immer noch jemand sich vor der Kamera bewegt. Und genau, das heißt, wir haben quasi eine Todzeit zwischen dem ersten Alarm und dem, wo wir dann die nächste E-Mail bekommen. Die Aufnahmen selber sind da jetzt nicht von beeinflusst. Also wenn Sie jetzt die Videoaufnahme auf 15 Sekunden haben, dann würden Sie natürlich bei 60 Sekunden dann vier Videoaufnahmen haben. Oder Sie stellen sich das hier höher. Das können Sie auch bis zu 60 Sekunden einstellen. Also das ist davon nicht beeinflusst, dass hier diese Todzeit bei zum Beispiel E-Mail, das dient halt einfach dazu, dass man vom E-Mail-Anbieter jetzt nicht direkt als Spam angesehen wird, wenn Sie das jetzt auf 15 Sekunden einstellen und dann alle 15 Sekunden quasi eine E-Mail bekommen mit fünf Bildern, wenn da jetzt jemand eine Stunde vor der Kamera rumläuft. Dann sind das natürlich halt sehr, sehr viele E-Mails. Und je nach E-Mail-Anbieter kann das halt dann auch recht schnell dazu führen, dass sie einfach halt als Spam eingestuft werden. Deshalb auch von uns diese Voreinstellung mit 60 Sekunden, Sie können es aber hier halt, wie gesagt, individuell anpassen. Auch bei FTP können Sie es anpassen und bei der Speicherung auf die SD-Karte können Sie es anpassen. So, und ansonsten haben wir noch sehr viele kleinere Änderungen vorgenommen, also, oder halt Verbesserungen auch, wenn man es so will. Wir können zum Beispiel, ich gehe es jetzt einfach nur mal ganz schnell nochmal durch, weil das Video auch schon wieder ein bisschen zu lang geworden ist. Sie können hier unter Aufgaben Fotoserie haben Sie jetzt die Möglichkeit bei der Fotoserie per E-Mail. Da können wir einen eigenen E-Mail-Text jetzt hinterlegen. Den können Sie hier unter Features E-Mail einstellen. Das heißt, wenn wir hier auf Empfänger gehen, haben wir jetzt einmal hier den Betreff für die Fotoserie und den Betreff für die Alarmbenachrichtigung, damit Sie es dann einfach halt auch auseinanderhalten können, wenn Sie die E-Mails bekommen, damit Sie wissen, okay, was ist eine Fotoserie und was ist ein Alarm. Und ansonsten gab es bei OnFive noch einige Verbesserungen. Da gab es teilweise Probleme, wo man eine Kamera eventuell nicht integrieren konnte. Hier sei aber noch hinzugesagt, wenn Sie OnFive verwenden, momentan ist bei OnFive nur die Digest-Authentifizierung integriert, einfach weil sie sicherer ist, als das andere nennt sich WS-Authentifizierung. Wir werden diese WS-Authentifizierung aber auch noch integrieren in einem zukommenden Update. Das werden wir aber erst machen, wenn die Benutzerrechte überarbeitet werden. Denn mit den neuen Benutzerrechten hat man dann die Möglichkeit, für OnFive zum Beispiel einen eigenen Benutzer anzulegen, dem man dann diese, in unseren Augen, sagen wir mal, etwas schlechtere Authentifizierung dann aktivieren kann, um dann halt auch das in älteren OnFive-Systemen nutzen zu können, die Kamera. Ansonsten gab es bei RTS-P auch teilweise noch kleine Probleme, wenn man die Kamera irgendwo eingebunden hat mit RTS-P, hauptsächlich bei Software wie zum Beispiel Go 1984. Das wurde quasi auch verbessert, dass man da die Kamera jetzt auch problemlos einbinden kann. Und ansonsten, wie gesagt, finden Sie ja hier unter System, Firmware-Update und dann hier Change-Log nochmal die komplette Liste Anneuerungen, die quasi mit reinkamen. Auch das Booten, also das Starten des Betriebssystems wurde nochmal verbessert. Das heißt, hier haben wir nochmal drei Sekunden rausholen können, um das Ganze nochmal schneller zu machen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über jegliche Rückmeldung von Ihnen. Das heißt, wenn Sie das Video jetzt hier bei YouTube angeschaut haben, dann schreiben Sie uns einfach unten in die Kommentare rein, was finden Sie, fehlt einfach in der Kamera noch oder wenn Sie andere Kameras haben von anderen Herstellern, dann sagen Sie, was ist da besser, was gibt es dort vielleicht für Funktionen, die Sie bei uns vermissen. Wir haben eine lange Liste noch an Funktionen oder Neuerungen, die in Zukunft halt auch in die 2K Kameras noch reinkommt. Also da werden wir die nächsten Monate noch einiges zu tun haben und wir haben schon ganz viele Ideen, was man alles umsetzen kann, aber uns ist natürlich ganz wichtig, dass wir halt jegliches Feedback von Ihnen als Kunden bekommen. Deshalb schreiben Sie es uns einfach entweder in die Kommentare oder an support.instagram.com. Ansonsten vergessen Sie bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, dann werden Sie informiert über viele neue Videos, die jetzt in den nächsten Tagen auch noch folgen werden, zum Beispiel halt über HomeKit oder über die App, die komplett überarbeitet wurde unter iOS. Bei Android kommt es demnächst auch noch. Dann genau, abonnieren Sie den Kanal, bleiben Sie dran und wir informieren Sie, sobald es irgendwelche Neuerungen gibt. Alles klar, ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Tag und viel Spaß mit Ihrer Insta-Kamera. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.